Herzlich Willkommen zurück auf dem Hefele-Stand in Halle 7. Daniela zeigt uns heute die Funktionalität ihrer Ferienwohnung in den Schweizer Bergen. Weil sie die meiste Zeit an der frischen Luft wandern geht, freut sie sich am Abend auf einen unterhaltsamen Film. Daniela zieht im Handumdrehen die Couch aus dem Möbel heraus, damit es sowohl sie wie auch die Freunde, die sie noch besuchen kommen, bequem haben. Auch dieser Abend nimmt irgendwann ein Ende und Daniela sowie ihre Gäste freuen sich auf das Bett. Ihr eigenes sowie das zusätzliche Stockbett klappt sie federleicht aus dem Schrank heraus. Fehlen nur noch die Kissen, die hinter der elektronischen Klappe zum Vorschein kommen. Um diese und das obere Bett bequem zu erreichen, fährt sie die Leiter in die passende Position. Wir wünschen eine angenehme Gute Nacht. Wir wünschen eine angenehme Gute Nacht.